Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses coole Muschelkissen zu Hause selbst nähen könnt. Ihr wisst, ich gucke immer wieder, was gerade so Trendteile sind und zurzeit sieht man überall diese Muschelkissen. Meistens sind die aus so einem Baumwollsamt, aber ich habe leider nicht den passenden Gelbton in diesem Baumwollsamt gefunden, deswegen habe ich mich dann doch für Baumwolle statt Samt entschieden. Und zwar nicht nur in Senfgelb, sondern hinten auch in Weiß. Also vorne hat es diese Kammern, die dann auch mit Watte gefüllt werden und hinten ist es dann quasi flach. Und ich habe extra für euch ein kostenloses Schnittmuster vorbereitet für dieses Muschelkissen. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung, also könnt ihr euch einfach runterladen. Aus eurer Nähmaschine braucht ihr jetzt natürlich einmal den Stoff. Ihr braucht das Template, also mit dem Schnittmuster. Ihr braucht eine Schere, Maßband und Flieseline. Ihr braucht etwas zum Füllen, also ich habe jetzt hier einfach ganz normale Bastelwatte genommen. Und zum Schluss Nadel und Faden, damit ihr mit einem Matratzenstich unten das Ganze abschließen könnt. Als erstes habe ich jetzt mein Template ausgedruckt und zusammengeklebt. Da habe ich euch immer markiert, welche Buchstaben zusammengehören, also welche Teile ihr wie zusammenkleben müsst. Also müsst ihr jetzt schauen. Einmal, also natürlich A gehört zu A und so weiter und so fort. Ich habe mir dann mein Template ausgeschnitten, auf den Stoff gelegt und mit den Nadeln festgemacht. Und dann einen Rand aufgemalt. Ich habe dann noch einen Rand aufgemalt von 1-2 cm und dann natürlich den Stoff ausgeschnitten. Nachdem ich dann den ersten Stoff als Muster quasi inklusive Randzugabe fertig hatte, habe ich das dann auf den anderen Stoff und die Flieseline übertragen und auch zugeschnitten. Bei meinem Oberstoff, also bei dem gelben Stoff hier, habe ich dann diese Kammern da eingezeichnet, damit ich weiß, wo ich später drüber nähen soll. Dafür habe ich mir mein Muster unten drunter gelegt. Das schimmert ein bisschen durch und dann könnt ihr einfach diese Kammern nachzeichnen. Und wenn ihr eure Stoffe alle zugeschnitten habt, dann nehmt ihr den Oberstoff, also bei mir jetzt hier der gelbe, und dann legt ihr ihn mit der Flieseline zusammen und fangt an, diese Kammern nachzunähen. Diese Kammern, die füllen wir jetzt gleich mit Watte. Das ist dann nämlich genau dieser 3D-Effekt, den wir danach haben. Um die Kammern mit Watte zu füllen, kann ich euch raten, um ein Sushi-Stäbchen oder was ihr auch gerade ein Schaschlik-Stäbchen, was ihr auch immer zur Hand habt, zu nehmen, weil gerade bei diesen dünnen Enden ist es schwierig reinzukommen. Wenn ihr zu viel Watte nehmt, dann wird es sehr hart, also da müsst ihr ein bisschen experimentieren und schauen, was bei euch am besten funktioniert. Schaut, dass ihr in den Kammern überall Watte habt, außer außen. Das befüllen wir dann gleich, wenn wir danach die Stoffe zusammengenäht haben. So, und wenn ihr die Kammern alle befüllt habt, also bis auf die Außenränder, dann nähen wir jetzt die Stoffe zusammen, bis auf die Unterseite, also unten die kurze Seite, die nähen wir noch nicht zusammen. Das Zusammennähen ist jetzt auch ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Watte schon da ist, also arbeitet hier mit Nadeln und macht das schön langsam, damit ihr schön sauber die Naht machen könnt. Die Naht, also wo die Naht entlang verläuft, das haben wir ja auf dem weißen Stoff hier eingezeichnet, und genau da fahre ich jetzt entlang. Also wie gesagt, unten lasse ich offen. Und nachdem ich das Ganze jetzt genäht habe, kann ich auch die Seitenkammern befüllen, also wieder hier zwischen dem gelben Stoff und der Flieseline, da kommt jetzt die Watte rein. Und jetzt wenden wir das Kissen, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Watte schon drinnen ist, aber es ist nicht unmöglich. Und wenn wir dann das Kissen gewendet haben, dann stopfen wir noch zwischen dem weißen Stoff und der Flieseline die restliche Watte rein. So haben wir jetzt ein schön dickes, flauschiges Kissen. Ich habe mein Kissen unten per Hand zugenäht, aber ihr könnt es natürlich alternativ auch mit der Nähmaschine machen, wenn das euch lieber ist. Und das ist jetzt das fertige Kissen, also wie ihr seht, war es überhaupt gar kein Hexenwerk. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und falls ihr auch weitere DIYs von mir im Bereich Fashion, Interior, Deko sehen wollt, dann klickt unbedingt auf Abonnieren, da lade ich jede Woche ein neues Video hoch. Vielleicht sehen wir uns dann schon nächste Woche mit einem neuen DIY. Also bis dahin, tschüss!